Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, heute gehen wir mal so ein bisschen weg von der Serienproduktion von den normalsterblichen batterieelektrischen Fahrzeugen hin zu den absoluten Super- und Hypercars, die wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen, von Ferrari, Lamborghini, von Königsegg, von Bugatti. Ihr kennt sie alle, habt sie schon mal gesehen, das sind ja alle Autos, die wir uns einerseits wirtschaftlich gar nicht erlauben können, die andererseits eigentlich auch keine wesentliche existenzielle Grundlage bieten für den Alltag, um damit Spaß und Freude zu haben. In der Regel sind es Sammlerstücke, die dann in irgendwelchen Garagen geparkt werden und zu gelegentlichen Ausfahrten mal an Sonn- und Feiertagen herausgeholt werden. Aber diese klassischen Super-Hypercar-Hersteller haben alle momentan nur Verbrenner im Angebot, teilweise werden sie hybridisiert, aber ich kann mich nicht entsinnen von einem dieser namhaften Hyper-Supercar-Hersteller schon ein rein batterieelektrisches Fahrzeug gesehen zu haben. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren, wenn ich da was vergessen haben sollte. Einzig Rimac, wo ja auch internationale Marken wie zum Beispiel Porsche, Bugatti und ich glaube sogar Hyundai sich beteiligen, die sind gerade dabei, ein absolutes Hyper-Supercar dann auch rein batterieelektrisch auf den Markt zu bringen. Und da ist im Prinzip wahrscheinlich auch so ein bisschen die ND entstanden von Markus Holzinger und seiner eLegend AG in Gründung, auch ein weiteres Super-Hypercar in einer geringsten Stückzahl mal zu produzieren. Es heißt eLegend EL1, die Auflage soll 30 Stück betragen, er ist auch schon vorbestellbar, das heißt ab 890.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kann man sich jetzt schon ein Dreißigstel dieser tollen Fahrzeuge vorbestellen. Und was dieses Hyper-Supercar alles kann, rein batterieelektrisch, das wollen wir uns heute mal so ein bisschen gemeinsam anschauen. Das Design orientiert sich ja an dem Audi Urquattro aus den 80er Jahren und das hat dann auch so mein Interesse geweckt, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch mal ein schöner kleiner Abseitsweg für einfach elektrisch, sich auch mal mit so einem Hypercar zu beschäftigen, einfach mal zu gucken, was die Luxuswelt dann an Einzelstücken, auch batterieelektrisch, auf dem Markt bekommt. Und bevor wir das tun, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr zustoßt, damit ihr diese und andere Videos zukünftig nicht verpasst. Und jetzt schauen wir uns mal von eLegend den EL1 genauer an. Und wie immer beginnen wir natürlich von außen. Und dieses Design erinnert natürlich sehr, sehr stark an den Audi Urquattro der 80er Jahre. Und da muss ich ja sagen, das war ja wirklich eine erfolgreiche Zeit, wo ich mich auch noch in meiner Kindheit dran zurückerinnere, wo dann halt phänomenale Rennfahrer mit diesem Fahrzeug tolle Rallys und Straßenrennen gefahren haben, wo dieses Auto eigentlich für absolute Furore gesorgt hat. Und eLegend, der Designer Markus Holzinger, hat sich da im Prinzip so ein bisschen dran zurückerinnert und gesagt, Mensch, das wäre für mich mal eine Idee, 30 Einzelstücke sozusagen zu schaffen, um im Prinzip diese Legende da auch wieder in die Batterieelektrische Welt zu transportieren. Und da hat er exorbitant gute Werte geschaffen. Es wird einen Allradantrieb geben für dieses Fahrzeug. Die maximale Leistung werden 600 kW, 816 PS im Peak sein, was Werte von 0 auf 100 in unter 2,8 Sekunden, 0 auf 200 in unter 10 Sekunden schaffen soll und eine Höchstgeschwindigkeit von 255 kmh. Interessant ist auch das Leergewicht. Dieses Fahrzeug soll nämlich nur 1680 kg wiegen, aber eine Batteriekapazität von 90 kWh ermöglichen und damit sogar eine Reichweite von ca. 400 km. Das heißt, dieses Fahrzeug, was eigentlich so für die Rennstrecke gedacht ist, man spricht davon, dass dieses Auto sogar zwei Nordschleifenrunden von der Power her ohne Leistungsabfall dann durchbrechen können soll, dann auch im Alltag vielleicht mal intensiver nutzen zu können. Dazu hat sich da der Markus Holzinger auch überlegt, nicht nur einen Kofferraum hinten klassisch zu schaffen, sondern auch einen Frunk unter der Motorhaube. Das finde ich ja alles richtig gut, wenn man sich da mit der batterieelektrischen Möglichkeiten auch intensiv auseinandersetzt. Wie gesagt, 90 kWh Batteriekapazität an DC soll er laden können mit bis zu 150 kW. Das ist natürlich ein ordentlicher, zeitgemäßer Wert und er hat natürlich auch einen Onboard-Lader für AC dabei, der mit bis zu 22 kW dann auch dieses Fahrzeug laden kann. Er soll eine Straßenzulassung bekommen, hat natürlich die Sicherheitsaspekte, die wir heute gewohnt sind, also von Fahrer-Beifahrer-Airbag über ABS, ESP, Traktionskontrollen, ein Hochleistungsbremssystem. Natürlich neben der Rekuperation an Bord all das, was man natürlich auch bei über 890.000 Euro plus Mehrwertsteuer dann wohl erwarten kann. Und gerade auch, was die Ausstattung angeht, wird er einige Highlights in sich bürgen, wie beispielsweise auch ein Fahrwerk-Lift-System. Wenn man in Tiefgaragen reinfährt, dass man nicht mit der tiefen Front-Shirts, ihr seht ja hier so ein bisschen diese Keilform, dann irgendwo aufsetzt. Und auch gerade das Heck, finde ich, ist ein absolutes Augenschmäuschen. Gerade mit diesem fast oval rundlaufenden LED-Leuchtband hinten dieser kleinen Heckflosse, was für den Anpressdruck sorgt. Und apropos Flosse, schön ist es, dass der E-Legend natürlich keine Haifischflosse sichtbar hat. Das finde ich ja richtig, richtig gut. Da hat der Designer Markus Holzinger es geschafft, wahrscheinlich die Technik in Scheibenkarosserie etc. pp. zu integrieren. Wir sehen auch digitale Außenspiegel. Wir sehen Türgriffe, die versenkt sind. Also sämtliche Attribute dieses Fahrzeugs sind auch so ein bisschen aerodynamisch abgestimmt, wie auch dieser massige Heckdiffuser am Heck. Und ja, von außen kommen wir dann natürlich auch immer sehr schnell nach innen. Und auch da hat Markus Holzinger, wie ich finde, ein insanees Interieur geschaffen, wo es sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Einem riesengroßen Fahrerdisplay, dann den Monitoren für die digitalen Außenspiegel und einem kleinen Infotainment-Display, wo man dann wahrscheinlich nochmal bestimmte Dinge separat ermöglichen kann. Infotainment-System heißt auch Bluetooth, Navigation, Multimedia. Eine Klimaanlage wird natürlich an Bord sein. Die Exterieur- und Interiorteile werden aus kohlestoffverstärkten Kunststoff hergestellt. Also auch da sieht man im Prinzip dann diesen wertigsten Ansatz. Auch die Designfelgen sind natürlich sehr exklusiv in ihrer Produktion. Er wird elektrische Fensterheber haben und ein dreistufiges Performance-Fahrwerk, wo man dann natürlich nicht nur auf der Rennstrecke eine gute Performance hat, sondern wahrscheinlich auch eine Komfortfunktion haben wird, wo man auch auf der normalen Straße vernünftig agieren kann. Unterstützt wird der Fahrer natürlich auch durch Perksensoren vorne, hinten Rückfahrkamera und wie gesagt Kofferraum in Front und Heck, sodass man auch hier eine gewisse Reisetauglichkeit in dem E-Legend EL1 haben wird. Chapeau E-Legend. Also ich muss euch sagen, der EL1 ist wirklich gelungen und er verbirgt so dieses retro-futuristische Design. Er transportiert irgendwie so aus meiner Kindheit den Audi Urquattro in die Gegenwart, sicherlich mit exorbitanten Leistungswerten und insbesondere einem exorbitanten Preis, sodass er für mich Otto Normalverbraucher natürlich unerschwinglich sein wird, sondern für 30 Sammler, wenn er dann gebaut wird, wahrscheinlich in ihren Garagen verschwinden wird. Ja, 2022 hat E-Legend vor, einen Prototypen der Weltöffentlichkeit vorzustellen, wo wir dann haptisch, optisch und wahrscheinlich auch in Bewegung dieses Fahrzeug mal näher betrachten und erleben dürfen. Da wäre ich ja gerne Teil davon und würde gerne hier auf einfach elektrisch auch immer mal wieder solche Hyper- und Supercars euch zeigen, weil wir kennen es aus der Formel 1, wir kennen es aus Rennserien, dass immer einzelne Techniken dann auch in unsere Otto-Normalverbraucher-Autos transportiert und übertragen werden und wir so auch von diesen Hyper-Supercars im täglichen Leben profitieren können. Und auch von großen Luxuslimousinen, die auch für viele ja unerschwinglich sind, kommen diese ganzen Gimmicks ja irgendwann dann bis in die Kleinwagen runter, sei es Matrix, LED-Scheinwerfer, Head-Up-Displays, Softclos für die Türen, all dieser ganze Schnickschnack aus den teuren Autos ist ja irgendwann dann sogar wie Keyless Go auch Standard in den Kleinwagen. Und so profitieren wir davon und so macht es natürlich auch Sinn, immer up-to-date zu bleiben und zu schauen über den Tellerrand hinaus, was gibt es auf dieser batterieelektrischen Welt alles so für ja Besonderheiten. Und schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, ob euch solche Besonderheiten interessieren, ob ihr das cool findet mal mit einfach elektrisch auch in Welten zu tauchen, die für uns zwar unerschwinglich sind, aber die uns so ein bisschen natürlich entertainen und verzücken und die auch natürlich zeigen, was Batterieelektrik auch alles bringt. Und das ist ja auch das, was wir wollen, damit die Menschen vielleicht irgendwann von den Verbrenner-Hybriden-Hypercars hin zu den batterieelektrischen Hypercars wechseln werden, weil da natürlich wesentlich mehr performantes Drehmoment, Power und natürlich auch ökologische Gedanken dann dahinter stehen können. Und ja, damit will ich es auch heute mit diesem Video mal belassen. Schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob euch solche Videos interessieren oder ob sie euch eher abstoßen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr die heutige Folge gesehen habt und eure kostbare Zeit diesem Video gewidmet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen hoch bewertet. Falls ihr noch nicht Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid, kommt dazu. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sage ich ciao, goodbye und bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Ich bin framework. Ich bin皿 und dahin und habe sci-Tisch-Community verbunden. Vielen Dank.